Badahasta Vritschikasana ist das Skorpion mit gefalteten Händen. Du beginnst, dass du die Hände faltest wie im Kopfstand, nur hältst du die Hände fest zusammen und drückst die Ellbogen runter und dann springst du mit einem Bein nach dem anderen hoch. Badahasta Vritschikasana erfordert etwas mehr Gleichgewichtssinn als der normale Skorpion, weil du eben weniger Fläche hast. Andererseits hast du mit den Händen gefaltet etwas mehr Entschlusskraft und innere Stärke.